In diesem Video erwartet uns noch eine Runde, Jutta Strand als Deutscher, ich habe dabei quasi als ausgelagerter SL eines anderen Skots mehr oder weniger fungiert, weil alle Skots voll waren, viel Spaß dabei. Also ich stehe auf eurem Infanterie-Markt, ich finde hier keinen Feind. Ja, keine Ahnung, ich habe ja auch mehr die Vermutung, dass die auf meinem Move-Markt über dir sind. Auf meinem Infanterie-Markt war einer. Direkt an der Kapelle. Habe ich Kneisti? Ari ist reingerichtet. Direkt vor uns war einer. Kneisti, was mit dir redest du nicht? Bist betrunken? Oh, Kneisti vor uns. Hä? Das ist meine Ari, die da. Nee, es geht nicht bei der Arm. Ich wurde von Infanterie erschossen. Ich habe einfach Blumen getroffen. Ach so, wie kommt der Läufer? Ach, Levi. Nee, ich war schon, ich war schon tot. Er hat mich getroffen. Das ist nicht schlimm. Das ist nicht schlimm. Es klingelt aber oben da, ne? Ja, da ist auch Feind. Also ich hätte gerne zwei Tanks im Angriff und einen Tag in der Verteidigung. Kommen wir das hin? Die Garni soll nicht, die Garni bei dir ist abbar, ne? Ja, leichter Monster unterstütze. Ich bin schon doch vom Mitteln drauf. Ja, die Garni brauchen wir Verstärkung. Ja, Dewey, mich. Alter. Ich denke, da ist impf. Dewey, die blauen Punkte und gelben Punkte sind keine Zielmarkierungen. Alter, du kommst ja hier nirgendswohin. Auf meinem Spiegel, also auf meinem Infanteriemarker liegt ein MG, da könnt ihr mal mit der Artillerie draufhauen. Wie geht's bei dir aus? Du kannst ihn einfach nördlich, nördlich einfach auf die Straße rumballern. Ich seh deinen Infanteriemarker nicht. Ne, deshalb soll ich den ganzen Ding ja spiegeln. Ping mir bitte n' Call Supplies. Ja, spiegeln nochmal, Mensch, Spaß. Ich schieße auf die Ari-Position. Achso. Ich kann nicht mal großartig n' OP setzen, weil der Feind einfach überall ist. Kommander, wir brauchen jetzt mal n' Angriff, ansonsten verlieren wir das hier hinten. Weil wir haben keinen Druck, es greift niemand an und wir haben alle gegen uns. Wir werden angecappt, wir brauchen jetzt hier irgendwas. Ja, wir sind gerade dabei, dass wir angreifen, aber wir müssen das nördlich hier gar nicht verteidigen. Ne, ne, nix verteidigen. Angreifen oder verteidigen, was anderes gibt's jetzt hier nicht. Ich baue dir gleich zwei Sets. Alles gut, alles gut. Äh, Item, Item, aufpassen, bei AA-Batterie ist ne Feind-Pack. Scheiße, wo ist der? Irgendwo hier im Nebel ist einer. Das Pack ist nördlich von Batterie. Ach, da oben ist er. Der ist oben in dem Haus, wieder drin. Oben im Haus? Lauf, Außenpostenmarker, dort feindliche Außenposten in den Gräben. Mann, du bleib doch mal schön. Oder in dem... Ich drehe mal auf, sie gar nicht mehr. In den Niederl. Copy, dann gefällt der Außenpostenmarker. Der ist jetzt nur, äh, so... Och, Alter, ich treffe den auch nicht. Ah! Wie sieht die Verzeihung aus? Nö, ist alles gut, aber die haben uns das gar nicht hinten reingesetzt. Die bekämpfen wir jetzt. Artillerie, kannst du auch den Chick-Infanterie-Marker mal Blei geben? Das sind ein Haufen Infanteristen. Äh, habe ich wieder im AKV. Bis gleich. Bis gleich. Bis gleich. Sehr gut, bitte der Tank bleibt in der Verteidigung. Ja. Haben wir eingenommen vorne und haben eingenommen. Dann, äh... Lass uns zusehen, dass wir uns hier verpissen. Dann erstmal... Er ist in der Battery. Neue Chick-Infanterie-Marker. Die sind auch in deinem Panzer gerichtet. Ja. Gut, ich bin tot. Passt doch. Weiß ich gar nicht, wann er den gedroppt hat. Verstehe ich nicht. Das waren feindliche Vorräte. Achso, okay. Ich zaubere hier gleich ein OP auf meine Position nahe des Caps, weil es in Angriff geht. Ja genau, dann könnt ihr mal zu Kirk gehen gleich. Dauert nur noch 70 Sekunden bis ich wieder setzen kann. Ne, ansonsten musst du dich einmal versetzen. Du kannst ja in deine Supply schmeißen. Dann fährst du uns zurück und dann versetzt du dich und fährst dann wieder. Also mein OP steht. Ja, okay. Ansonsten, ihr könnt euch dann auch versetzen und geht sonst bei Kirk rein. Das ist ein sehr guter Angriffs-OP. Ich versuch dann ein bisschen näher heranzusetzen. Ja, Kapelle ist egal. Halte dir Kapelle. Kapelle muss nicht gehalten werden, ist Latte. Batterie muss verteidigt werden. Also ich kann von meinem OP, du bist ja ohne Fallenkontakt in den Hardcap launchen. Ja, ich bin ein Stückchen unter dir. Ich muss wirklich nur die Angriffs-Garni bauen. Ich brauche uns nur mal einen Supplyer, bitte. Bitte. Ja, ich komm schon, ich komm schon. Oder ich verset mich gleich. Ich hab'n feinlichen OP zerstört. Ich bin gleich hinter dir. Ich muss nur mal kurz die Angriffs-Garni bauen. Wie konnte der mich denn verfehlen? Ach, jetzt haben sie mich. Ich setz' gleich den Hardcap. Ich brauch nur kurz den Pleiß. Ja, ich komm. Ja. Ich will schon mal beraten. Wo ist der Panzer? Welcher Panzer? Ich hab'n paar Mal gesehen. Nein, ich hab'n paar Mal abgefahren. Du musst nicht laufen, du kannst dich einfach versetzen. Dann bist du viel schneller. Ja. Oh, der Granatenwerfpack, ich krieg'n Knall. Jetzt bin ich down. Wenn ich halt da ewig warte, ist es halt... Ja gut, dann ist das Ding auch im Arsch. Sie sind hinten an der Garni. Sie sind hinten an der Garni. Sie sind hinten an der Garni. Zwei Mann. Was, bei mir? Nee, bei mir. Stehen die hier AFK rum, die Leute? Ich sag' euch gleich was. Ja, jetzt... Geht bitte bei, bei, ähm... Noch steht der OP. Nee, der wird nicht mehr lange stehen, wenn wir den nicht vertreiben. Aber meiner ist nämlich der Zweck. Dann geht bitte bei Kirk rein. Ich bin los. Ari ist eh vorbei jetzt. Naja, ich versetz mich schon gerade. Geh' zu Kirk, bei der ist nämlich jetzt auch schon heiß. Das dauert alles zu lange. Das ist nicht gut. Komm' eh keine groß... Warte mal, ich kann doch eigentlich auch auf... Nee. Warte, ich geh' jetzt auch raus. Ich geh' zu Kirk rein. Die sind Richtung Infanterie-Marker, wenn ihr bei mir drin seid. Hinter den... Stacheldraht da. Ja, ich komm' jetzt. Wir sind jetzt bei dir mit drin. Ach so, ich hab' keinen Offizier. Nee, deswegen... Wenn du gleich tot bist, kommst du bei Love mit rein. Da knallst du gerade nicht da. Komm direkt vor mir drunter. Ich weiß nicht, ob das noch nördlich ist. Schalli, kannst du da was sehen? Passt das jetzt sogar. Mal den Sack zu machen. Ja, ey. Also hier vorne war überall Feind eben. Einen hab' ich. Ich bin hinter dir, Master. Ja. Ja. Ich hab' den... Scheiße, sie haben mich erwischt. Der OP ist weg. Aber ich hab' den Fälle musst du so ewig weit trennen. Ah, da kommt ne Art. Ja. Da kommt ne Art neben denen. Ja, aber puh. Der ist aber sehr... Sehr optimistisch, ne? Oh cool, wir landen direkt im feindlichen Akku. Ist das episch. Ja, ich weiß noch nicht. Wenn wir ancappen würden, dann würde ich direkt geben. Können lieber später mit den Love. Und stellt den Garnical auf. Ich meine, ich könnte natürlich die Repair Station... Aber nee. Du hast keinen Situation. Dann spreng lieber den Stuart, der da hinten drin steht. Der bringt, glaube ich, mehr Punkte. Nee, es geht da rum. Wenn ich den Satchel, dann ist sowieso... Okay, jetzt cappen wir. Jetzt ist das okay. Ich such' gerade noch ne nette Deckung für den OP, aber... Ja, mitten am Strand. Oh, da oben Infanterie ohne Ende. Jake, hörst du mich? Hier oben. Ich setz' den jetzt erstmal hier in diesen Krater rein. Da ist er zumindest vielleicht nicht gesehen. Kommand... Kommand schwerer Panzer im Norden. Geht das? HQ? Was geht's denn? Feind in! Ja, ich glaub der ist da. Garni! Auf Garni Marker, Garni! Ja, ich hab' den Außenposten zerstört. Sehr schön auf'n Garni Marker, bzw. der im starre Draht ist'n Feind. Garni und 800 Infanterie dran. Garni, ist eine hier. Du kannst dich... Außenlaufen Headshot gemacht! Du kannst dich... ...außenlaufen Headshot gemacht! Von King? Ist'n Er hat runtergekommen, da könnt' ich spawnen. Ich brau' ab! Sehr schön! Ich bin... Ist weg! Ich bin down, aber sie ist weg! Sehr schön! Ja, hau' bitte die Panzer! Ab nach vorne! Garni auf Laufmark ist zerstört! Ihr könnt... Denke ich auch angreifen! Äh, ne, ich bin dann weg! Ich wünsch' euch was! Alles klar, bis gleich! Tschüss! Tschüss! Ich bin auch gleich weg! Hab' ich's gemacht! Ja! Ich hab' alles gehalten über am Strand! Das ist ein... Das ist ein... Das ist ein... Das ist ein... So... Äh... Wer ist denn hier? Die lacht man bis dahin! Ja, das war's auch schon! Hier habt ihr noch ein Video... Ähm... Utah Strand aus amerikanischer Sicht! Und dann sehen wir uns wieder!